Dann die zweite Hände starten, eine Runde starten, aber stellen Sie sich jetzt gerne schon mit Augen auf alle Rundnummern und jetzt gerne schon hier hinweichen. Da geht es nicht noch. Der Hände sagt, dass wir noch weiter noch starten können. Dann die zwei Hände, die eine Runde starten, die eine Runde starten, die eine Runde starten. Dann die zwei Hände starten, die eine Runde starten, die eine Runde starten. Der Hände aus dem Hände starten. Da geht es nicht nur ein bisschen, immer noch ein bisschen. Wir haben jetzt die erste Staple in Deutschland, wir haben in der ersten Staple eine Staple bekommen. Wir können uns nach der ersten Staple in der zweiten Staple vorzumünschen, aber wir haben jetzt die erste Staple in der ersten Staple in Deutschland. Wir müssen uns auf die Staple in Deutschland gehen, also die Staple in Deutschland gehen. Rhein-Pierre Uf! Wir haben den Schock. Wir haben den Schock. Die Liebesseite ist halt immer besser. Zwei, 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 Zwei Zwei, Zwei Zwei Unter 15 Minuten, Kammer Brunner in einem 6. Sieg im 8. Essen auf Doppelauf, alle sind mittlerweile schon mit der Essen auf Doppelauf, unter 15 Minuten. Hat er jetzt los? Hat er übrigens? Abkommen wir mal. Gehört alles zum Schein. Hallo, Herr Brunner, Christian von Rudolf Zahnweier, das sind die ersten beiden, die jetzt die Startplatte. Von daher gibt es mir hier auch die Information, welche die Städte da haben. Da haben wir noch einige da rein gehabt, die im letzten Jahr vielleicht schon ganz, ganz fremdlich abgesagt haben. Unter anderem die Sieg im 1. Urlaub, das ist bis zu diesem Jahr einfach flüssig. Die Dame, die sehr einfach zu sehen. Danke, da waren wir noch heute mit dem Kumpelkampus dabei. Sieg im 1. Urlaub war eine Startplatte. Da reden wir schon zwei Jahre, die sind ausgegonnen. Und meine Damen, das ist wirklich die Startplatte. Die Frage ist egal, für unsere Timo muss eine Telefonie, zwei Stationen. Die brauchen die Startplatte. Ich habe noch eine Möglichkeit. Jetzt kommen wir zur Hals. Torbald Schammerle hat alles in der Runde. 90 Minuten bis 50. Dank Heide. Ihnen das gute Hals der Kloppen der Kommete. Hallo, Herr Brunner. Das ist ein Faktor, der ist, aber der ist auch schön. Und das zeigen wir schon auch, wie das hier noch da geht. Wenn der da ist durch. Wenn wir gut kriegen, dann würde ich sagen, wirklich, aus dem Arteilen, die in der Drehung, wirklich, aber auch Personenarbeitere aus dem Tag aufgeteilt sind. Das heißt, Sie haben vielleicht schon, hier kurz das Begrüße zu haben. Also, bei vielen da gar nicht alles so gut, sondern ich freue mich noch auf die gute Aktivierung und der Bürgerische Erfolg heute beim Lauf. Also, bitte, Herr Präsident. Hier ist hier momentan noch etwas unzählig, ich schick aber hoch, hast du auch eine rote Startung. Hier ist der Ueremungskauffahrt mit der Gesetz, der ist der Schubbis, ist der eine Anhänger, der der Anbetarlte ist. Er macht den Lumpen, weil er in der Welt verliert der Leer und sind von einem an der Liga-Liebensicher. Aber wenn er den Sieger gesehen wird, dann wird er auch sinnreich, dann wird sich von Energie dann auch hier zu sein geschenkt. Ja, es ist so für die Besichtersteller, die am heutigen Namen hier sind. Das ist ein Wied der Fünf- und Unternehmungstaat und das macht dann aus, dass man wirklich auch zu überhaltend sich nicht nur am Telekomponiert, wenn man Schirrte abbildet, sondern manche Schirrte weißer Däufel, wenn man nach oben schaut, ist auch auf das Wetter. Letztes Jahr sind wir ja so ein bisschen in den kleinen Hintersturm am Anfang der Suttel beim Aufbau. Heute ist alles anders, alles eigentlich bereitet für die Bühne zeigen. Ja, in dem Frühjahr ist auf dem Wetter schon sicherlich der Maserlage, und dann haben wir das Büro gesehen. So, guten Tag für die Züge, wir können los. Also, letzte Minute bis zum Start. Eine Minute, natürlich, zwei in die Starte. Also, jetzt bitte die Schöpfung reinzunehmen, reinzulassen, alle bitte jetzt von der Schöpfung runter. und das ist die erste Tore von Deutschland. Zeige Schöpfung, alles in der Schöpfung, und die Schöpfung, die Schöpfung, und die Schöpfung, den 1 Sekunden bis zur Schöpfung, und die Schöpfung, die Schöpfung, die 1 Sekunden bis zur Schöpfung. 2 Sekunden bis zur Schöpfung auf 2 Sekunden bis zur Schöpfung, 4 Part 1 Schöpfung. 2 Sekunden bis zur Schöpfung, Ooh 3, 2, 1... Oh, Mann! Das ist der Fall, die Schaffee! Mein Lieben, die Rüste der Karte von der Karte, hat sich klar! Wenn die Ebenen nicht dritte, die auf dem Hauptstadtkarte sind, Wie steht alle bei der Ziele? Sollte sie es aus, bucht euch das an, das seid ihr gleich! Das ist gleich euer Startszenario. So nun wirklich auf die Startplatte. Alle der Aufstandern und der Ziele sind die Startplatte. Das ist ein Römer, das ist ein Römer. Das ist ein Römer, das ist ein Römer. Einfach. Das ist ein Römer, das ist ein Römer, das ist ein Römer. Das ist ein Römer, das ist ein Römer. Das sind meine Lieblingsmarking. Und das sind meine lieblingszene Römer. Das sind meine lieblingszene Römer. Und das ist mal sinkend! Nur in der Oma sind die dabei. Ich bin Nummer 28! Wenn das nicht immer gut ist und das nicht immer zu groß sind. Da bist du nicht auf die Abo, da bist du nicht auf die Garten dabei. Von meiner Tür auf der Anlage. Das sind die Läger dabei. Ich bin hier da. Vielen Dank. Das ist der Lohmann. Das war's für den Punkt, war's für den Punkt, war's für den Punkt.